Da ist der andere, da. Er kommt schon. Da, da ist es. So, dann haben wir hier unsere Esel. Hallo ihr. Und hier haben wir unsere Moolies. Das Pferd bleibt einfach da. Ja, und jetzt sehen wir das Moolies im Weg. Das hat schon zu nütz. Okay. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Moolies. 1, 2, ja. Eigentlich dürfte ich von denen nie was töten. Außer ich mache mal mehr Karotten und Goldnagel, dass ich die verschwende. Dass ich 2 mache und dann immer einen töte. Das wollte ich mir mal überlegen. Das gleiche bei den Lamas. Aber naja. So, Lamas. Einmal du. Und einmal du. Oh, bist du ein süßes Lama, Baby? Ja. Gut. Machen wir bei den Schweinen weiter. Das ist jetzt fast geschafft. So, die Schweine kriegen Kartoffeln. Ich glaube, das war's. Dann gehen wir jetzt morgens durch die Herde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und neun. Weiter geht's bei den Kühen. Zwei habe ich irgendwie durch den Schlag getötet. Er fährt jetzt mal bei den Kühen rein. Level 8 kam mir schon. Ich möchte zwar nebenbei auch noch ein bisschen Reparatur, also Haltbarkeit für die Spielsacke sammeln, aber Level 9 sind wir auch schon wieder. Und wir haben schon wieder ein Ei. Okay, so. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Level 10 haben wir. Gut. Dann geht's jetzt weiter mit den Haseln. Hier rennt so, wie ich sehe keine. Selber essen möchte ich das jetzt nicht. Okay. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich glaube, da habe ich jetzt zwei getötet. Ich ziehe mal sechs mit dazu. Sieben. Oh, jetzt bin ich fast zu wenig getötet. Acht. Neun. Ist irgendwo ein Zombie. Gut, weiter geht es hier. Wir haben eh schon einige Eier. Aber jetzt erst mal die Weizen klar. Es ist echt heftig, wie viele Eier hier einfach rumliegen. Wie viele Kaninchen hier auch sind. Jetzt hört er völlig auf. Oh, da hat es abgehört. Hier hört es nicht auf. Ah, hier ist noch ein bisschen irgendwas. Okay. Und hier haben wir auch noch ein paar Stacks. Gut. Ich tue jetzt 20 Hühner. Ich glaube, wir... Also zehn haben wir ja... Ich glaube, wir haben mindestens zehn gespawnt. also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn, sechszehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn und zwanzig. Und wir haben auch schon Level 15 erreicht. So, habe ich jetzt echt keinen Platz mehr? Ich stecke mal hier ein Weizen da dazu. So, da war doch irgendwo noch hohes Fleisch. Wo war das? Damals, glaube ich, gerade, oder? Nee. Ich dachte, ich hätte wohl das Fleisch hier irgendwann gesehen, oder hab ich da schon auf... Ach, habe ich hier eh. Okay. Na, wir müssen uns raus. Äh, können wir mal kurz schlafen? Und dann kommen wir als nächstes die... Schafe. Aber da es mir nicht um die Wolle geht, werde ich sie einfach töten. Da kriegen wir auch ein bisschen Wolle, aber egal. So. So. Wo ist meine Spinne? So, Level 16. Der Schaufel geht es eigentlich aufrecht mittlerweile wieder. Ausrüstchen auch. Danach kommt der Boden noch und reaktet doch. Dann sind wir wieder voll. So, aber jetzt erstmal... Eins. Zwei. Drei. 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 Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. So. Zehn neue. Neun getötet. Macht einen mehr. Zwei. 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 Der ist 17, fast aber 18. Ok, so, 9 werden wieder geschlachtet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Level 18 War da nicht gerade noch was? Da habe ich noch was gesehen Ja Hab ich nicht eingesammelt So Dann jetzt hier die braunen Schafe Könnte sein, dass ich hier noch nicht alle töte Jetzt lasst mir nur noch die Kinder hin Ah, und du hinterher Und du und du Nein, ok, das war's Ok, ich werde hier also keinen töten Das sind einfach zu wenig Waren jetzt nur 18 So, und bei den roten, ah, das könnten schon 20 sein Ja, das sind definitiv 20 So, liegen hier noch irgendwo Erfahrungspunkte? Nein Dann Dann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 So, fast Level 20 Hm, da war noch Erfahrungspunkte Fast Level 20 und ich hoffe, jetzt auch wieder ganz gut So, also wir brauchen Level 9 Damit wir, äh, die Reparatur für den Helm kriegen Und dann haben wir noch 10 Level übrig Für Schuhe und Beinschutz Ich bin der Meinung, wir können eins davon verzaubern dann auch noch Mit Reparatur für das zweite wird das nicht wirklich reichen So, jetzt haben wir jetzt die Sachen weg So, Leder haben wir noch Hasenpfote, wir haben unglaublich viele Hasenpfoten Krass Ah, hohes Hühnchen ist wieder eins voll So, dann hier noch Binnenfäden Und Beizen Gut Dann Verzaubern wir es Drei Bücher Einmal der Helm Beinschutz Und Diamantbeinschutz So, jetzt bin ich gespannt Wir haben sogar schon fast das nächste Level Also fast Level 20 So Was würde denn das kosten? Das 5 5 9 Dann machen wir erstmal das hier Moment mal 5 5 Wir haben jetzt zwar keine Ahnung mehr, aber wir haben alles fertig verzaubert Was? Ja, wie geil Das hätte ich jetzt nicht gedacht Sau geil Schade ist gestorben Bevor ich den Schaden zufüllen konnte Ja, aber geil So haben wir endlich alles fertig verzaubert Das ist Die Das ist voll die geile Unterwasserrüstung Wir haben sogar Dornen drauf Ich weiß ja nicht, ob Dornen bei den Wächtern funktioniert, aber wenn ja Sau geil Dornen macht ja eine Wahrscheinlichkeit Ich glaube, Dornen 2 hat 45% Wahrscheinlichkeit, wenn man trifft, dass man Schaden bekommt Und hier haben wir Dornen 1, Dornen 2 und da auch nochmal Dornen 2 Das heißt 45, 45 Hier glaube ich Oder war es 15, 30, 30 Und 45 waren glaube ich bei Ähm Bei Na Level 3 Dornen 3 Ähm Sorge, wenn ich mir das mal überdenke Also wir haben hier Ähm Also 30 und 30 sind 60 Und 15 sind 75 Und das jetzt durch 4 teilen Ja Das wären 16 Ne, nicht 16 40 Ne, 18 Fast Warte 19 sogar Fast Kommt drauf an, ob es ab oder aufgerundet wird Also 19% Wahrscheinlichkeit Das heißt Etwa jeder fünfte Angriff auf uns Ähm Träger Dornen Entweder 2 oder 3 Und wenn sie Pech haben Träger ein Angriff, alles 3 Haha Wenn sie Glück haben Träger hat es Einer an gepflegt So, das kommt jetzt mal hier hin Denn für heute war ich Schluss Ich hab meine 3 Stunden auch gleich Geil Geil Das wird meine lieb Ich glaub das ist so richtig geil Unterwasserrüstung Ich muss mir mal eine Netterrüstung auch noch bauen Wir haben eine Unterwasserrüstung Jetzt brauchen wir noch eine Feuerrüstung Und dann noch eine allgemeine Kampfrüstung oder sowas Oder eine Gebirgsrüstung Reiserüstung Keine Ahnung Sau geil Wenn wir also das nächste Mal Auf Reise kommen Durch Zufall Wenn unser Taschenrechner sagt Wir sollen reisen Dann werden wir dieses Mal reisen Denn die Ausrüstung dafür Haben wir jetzt Aber den Bogen Und den Pfeil Das ich da Also steht zwar im Wiki Ähm Bogen ist die beste Art zu kämpfen Aber wir haben ja jetzt Dornen 2 Dornen 2 und Dornen 1 Auf unseren 4 Ausrüstungsgegenständen dann Und ich hoffe Dass das halt auch Schaden macht Äh Und uns dabei hilft Nah an sie ranzukommen Genau Ansonsten nehme ich irgendeinen kaputten Bogen Mit Äh Unendlichkeit Den wir haben Dass ich den kurz repariere Mit Fäden vielleicht am Amboss Und da Unendlichkeit drauf ist Und dann schieße ich halt mit dem Genau Ja Einen Feuertank Den können wir auch da Daheim lassen Genau Sau geil Also bis morgen Leute Ciao 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 We leur Fortunately bbe Tun Boom Лю drove 哨 安 Co